Jack Lord verlor seinen einzigen Sohn, dann wurde alles noch schlimmer. Jack Lord war ein Fernsehschauspieler, der dem Publikum am besten dafür bekannt war, den Charakter von Steve McGarrett in der erfolgreichen Sendung Hawaii Five-O zu spielen. Der Schauspieler starb vor der Jahrtausendwende und hinterließ keine Kinder. Obwohl er früher in seinem Leben einen Sohn hatte, der auf tragische Weise starb. Jack Lord weigerte sich, persönlich über die Angelegenheit zu sprechen und versuchte, sein frühes Leben so geheim wie möglich zu halten. Es gibt viele spezifische Details über die erste Ehe des Schauspielers und das nachfolgende Kind, die im Dunkeln bleiben. Was jedoch bekannt ist, ist, dass Jacks erste Frau eine Frau namens Anne Willard war. Und die beiden trafen sich auf einem Kreuzfahrtschiff. Jack Lord lernte ihre erste Frau Anne Willard kennen, als er an Bord eines Kreuzfahrtschiffes Dienst tat. Anne war nur ein Gast auf dem Schiff, obwohl die beiden sich fast sofort verstanden. Jack war von Anne's Aussehen überzeugt, während Anne einem Mann in Uniform nicht widerstehen konnte. Die beiden knüpften dann irgendwann in den frühen 1940er Jahren den Bund fürs Leben. Einige glauben, dass die Hochzeit 1942 stattfand, während andere glauben, dass sie später, 1944, stattfand. Einige Variationen der Geschichte deuten auch darauf hin, dass die beiden auf demselben Kreuzfahrtschiff geheiratet haben, auf dem sie sich kennengelernt haben. Anne Willard war 1921 in Paris, Frankreich, geboren worden, obwohl ihr Vater aus Brooklyn stammte und als Bauingenieur gearbeitet hatte. Die Tatsache, dass Anne's Vater aus Brooklyn stammte, gab Jack die Möglichkeit, sich mit der Frau zu identifizieren, da er selbst aus Brooklyn stammte. Anne sah wahrscheinlich ein bisschen von ihrem Vater in dem Mann, obwohl sich die Heirat mit Jack nicht als die beste Wahl für ihre Zukunft herausstellen würde. Kurz nachdem Jack Lord mit ihrer ersten Frau Anne Willard den Bund fürs Leben geschlossen hatte, wurde er zum Dienst abberufen und musste sich vorerst von ihr verabschieden. Nur wenige Monate später erhielt Jack von seiner neuen Frau die Nachricht, dass sie schwanger geworden war. Da Jack immer noch mit seinem Dienst beschäftigt war, ging Anne zu ihren Eltern nach Frankreich, damit sie ihr durch die Schwangerschaft helfen konnten. Jacks Sohn wurde ohne Komplikationen geboren und Anne beschloss, den Jungen nach seinem Vater zu benennen. Doch im Laufe der Zeit fing Anne an, sich darüber aufzuregen, dass der kleine Jack seine neue Familie besuchte. Anscheinend hat Jack Lord seinen Sohn nur ein einziges Mal gesehen. Da Jack nicht für sie und ihren neugeborenen Sohn da sein konnte, bat Anne Willard ihn schließlich um die Scheidung. Anne hatte zuvor mit dem Gedanken an Scheidung geflirtet und sogar die Aussicht auf Scheidung in dem Brief erwähnt, den sie an Jack geschrieben hatte, in dem sie ihm mitteilte, dass sie schwanger sei und zu ihren Eltern nach Frankreich ziehen würde. Anne hatte wenig Interesse daran, ihr Kind in den Vereinigten Staaten groß zu ziehen, wo Jack nach dem Zweiten Weltkrieg hin wollte. Vielleicht war es Anne's anfängliche Erwähnung der Scheidung, die Jack Lord dazu veranlasste, sich nicht mehr anzustrengen, seinen Sohn zu sehen, während er und seine Frau noch verheiratet waren. Jack würde diese Entscheidung jedoch nach einer Tragödie, die sich viele Jahre später ereignete, immens bereuen. Kurz vor dem 13. Geburtstag von Jacks Sohn verstarb der Junge auf tragische Weise. Wie bei dem spezifischen Jahr der Ehe von Jack Lord und Anne Willard bleibt die genaue Todesursache von Jacks Sohn relativ dunkel. Einige vermuten, dass der Junge während des größten Teils seines Lebens kränklich war und erst im Alter von zwölf Jahren erlag. Andere vermuten, dass er möglicherweise an den Folgen eines Ertrinkens gestorben ist. Die Geschichte, die von allen am glaubwürdigsten zu sein scheint, ist jedoch die Theorie, dass Jack an den Folgen einer Hepatitis gestorben ist. Es gibt Aufzeichnungen, die zeigen, dass der Junge kurz vor seinem Tod mit Hepatitis ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Obwohl es keine offiziellen Dokumente gibt, die die beiden Dinge miteinander verbinden. Es gab auch ein Problem mit Hurrikanen in der Gegend, in der der Junge und seine Mutter zum Zeitpunkt seines Todes lebten. Und diese Hurrikane haben bekanntermaßen mehrere Menschen getötet. Ob Jack Lords Sohn an Ertrinken, Hepatitis, einem Hurrikan oder an den Folgen einer Krankheit starb, an der er den größten Teil seines Lebens gelitten hatte, Die Folgen waren die gleichen. Jack Lord hatte seinen einzigen Sohn verloren und der zukünftige Star würde nie wieder Kinder bekommen. Trotz der Tragödie, die sie im Zusammenhang mit dem Tod ihres Sohnes erleiden mussten, heirateten sowohl Jack Lord als auch Anne Willard erneut und fanden ihr Glück mit anderen Menschen. Anne heiratete einen Mann und zog schließlich mit ihm in die Vereinigten Staaten. Obwohl ihr Wunsch, nicht in die Vereinigten Staaten zu ziehen, anscheinend ein großer Teil ihres Wunsches war, sich von Jack scheiden zu lassen. Anne und der Mann lebten bis zum Tod der Frau im Jahr 2004 glücklich zusammen. Obwohl sie viele Jahre mit ihrem neuen Ehemann verheiratet war, bekam Anne nie wieder ein Kind. Die Frau, die Jack Lord nach der Scheidung von Anne Willard heiratete, war eine Schauspielerin namens Marie de Nade, die eine große Rolle dabei spielte, dem jungen Star zu helfen, endlich der erfolgreiche Schauspieler zu werden, der er sein wollte. Die beiden heirateten 1949 und blieben bis zu Jacks Tod 1998 verheiratet. Obwohl Jack und Marie fast ein halbes Jahrhundert verheiratet waren, bekamen sie nie Kinder. Sie hatten es einmal versucht, obwohl diese unglückselige Schwangerschaft mit einer Fehlgeburt endete. Nachdem sie diese Fehlgeburt erlitten hatte, schwor Marie, dass sie es nie wieder versuchen wollte. Als Jack Lord die Rolle des Steve McGarrett in Hawaii Five-O erhielt, hatte er bereits ein ganzes Leben voller Schmerzen hinter sich. Die Show lief von 1968 bis 1980. Nachdem Jack ein Superstar geworden war, versuchte er sein Bestes, um seine tragische Vergangenheit vor seinen Fans geheim zu halten. Obwohl sie es schließlich über die oben genannten Boulevardzeitungen herausfanden. Viele Jahre später verstarb der Schauspieler 1998 an den Folgen von Herzversagen. Obwohl Jack Lord von Hawaii Five-O eine lange und erfolgreiche Karriere hatte, fühlte er sich gegen Ende seines Lebens sehr leer, da er keine Kinder hatte, die ihn überleben könnten. Jetzt ist es an der Zeit, von ihnen zu hören. Wussten sie, dass Jack Lord von Hawaii Five-O den Tod seines einzigen Sohnes erleiden musste und dass er seine Durchbruchrolle in dieser klassischen Cop-Show nicht erhielt, bis er bereits darum gekämpft hatte? Erfolg seit über einem Jahrzehnt? Like dieses Video wie immer, um deine Unterstützung zu zeigen, und abonniere und klicke auf die Benachrichtigungsglocke, wenn du zu den Ersten gehören möchtest, die wissen, wenn weitere unserer Kanal-Videos auf dem Weg sind. Das war's für heute.